Musik Meine lieben jungen Freunde, ich freue mich riesenhaft, dass diese Aktion der 72 Stunden im Laufe der Jahre so viel Zustimmung gefunden hat, dass ihr bereit seid, in diesem Jahr wieder mitzumachen. Größte soziale Aktion, die wir haben, da ist jeder kostbar und jede, die mitmachen. Ich denke, wir haben in diesem Jahr ein ganz schönes Motto, uns schickt der Himmel. Wir kommen nicht einfach aus Spaß und Freude allein, so wichtig das also ist, sondern wir hören auch die Sendung aus dem Evangelium Jesu, dass wir allen Menschen beistehen, denen wir in irgendeiner Weise helfen können, symbolisch durch diese 72 Stunden Zeit. Und so wünsche ich mir, dass ihr überall gut aufgenommen werdet, dass ihr überall auch eine Arbeit findet, die euch zugleich auch Freude macht. Zum Zeichen dafür, dass wir uns das nicht einfach aussuchen, habe ich die Botschaft an euch bekommen und gebe die weiter an die Engel, die nun verkünden, wo euer Platz ist, wohin ihr gehen sollt. Ein herzliches Vergeltesgott an alle, auch an die Engel. So, jetzt aber. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön.